Der Drachenkampf Der Drachenkampf Hat denn schon mal jemand versucht einen Drachen zu zähmen? Keiner, der es überlebt hat Ist ja gut Ich tu dir nichts Mal sehen ob das funktioniert Wir gehen die Sache ganz in Ruhe an Komm schon kleiner, komm kleiner Ja Runter Ist ja gut, du erschreckst ihn Ich erschrecke ihn? Alles was wir über sie wissen ist falsch Ich will dir was zeigen Wenn sie uns nicht fertig machen sollen Müssen wir sie fertig machen Feuer Es gibt keinen Grund sie zu bekämpfen Auf gehts mein Freund Egal wie es endet Es endet heute Was willst du unternehmen? Irgendwas verrücktes Bin dabei Ich auch Bin am Start Ich stehe auf deinen Plan Hau rein DUNWORKS Drachenzähmen leicht gemacht Ha, der ist ja gerade so groß wie mein... Hau, fett ihn weg! Auch in 3D Abenteuer Eben Die